hallo meine freunde willkommen zurück in new world die letzten zwei parts sind ein bisschen her ein zwei tage ein länger als ursprünglich für mich geplant aber meine tochter war krank die hat mich braucht das geht natürlich vor und außerdem die warteschlange wenn man dann mal herkommt und sich am abend einlog ja ich habe schon früher begonnen mit einloggen dann war es in den loginserver abgeschmiert ja ihr kennt das spiel sicher schon wir fangen von vorne an dauert ja nur ein paar stunden jedes mal okay gut sei es drum jetzt geht es weiter was machen wir könnten zu nigharts anker gehen diese landmarke hier entdecken könnten wir könnten zu dem typen darauf porten was recht witzig ist immer zu dem schau mal das ist der einäugige aber ich bin sicher wieder ein paar tolle sachen zusammen und dann schaue ich dass ich schnell weiter leveln kann man bisschen auch auf video also nur die nicht so interessanten sachen wie nebenquests mache ich ja auch alle gern was ihr wollt natürlich auch alle nebenquests sehen dann sagt sie es dann machen wir da so ein komplett run mit allem drum und dran das schild mit dem werde ich nämlich weiß sind die leuchtkäfer köder die besten eigentlich nicht frisch wasser nicht frisch wasser rohrkolben deutscher ausdruck für schild oder ist das ein special wort naja wird schon passen nehmen wir sich da ein bisschen was mit ich bin mir immer noch an dass man geht zurückzahlt und das auch funktioniert hat mal aber ich verwechsel es ja ich werde mit einem anderen gehen vielleicht mit rikos schauen mal gut wo ist unser quest wir haben ja genug von dem zeug gibt es schon wieder so ein sprudelwasser da ist nämlich immer so ein sprudel im wasser und wenn der da ist eh leute da kannst du fische rauszahn bis zum geht nicht mehr da wird neuer ruf wenn man sich darum treiben was können wir machen ja sammeln ist auch cool ep hallo mein freund die fische reden mit dir ja ich könnte mir auch noch besser vorstellen als dich aber es bleibt mal nichts über mein name oh ja damit wollen die leute ihrer vergänglichkeit etwas unvergängliches abbringen selbst hier ich wurde einst jonas genannt jonas der irre wanderer der verlorene so nimmt man mich wenn die zeit dem tod einmal zu oft entgleitet dann verblassen solche gedanken oder sie werden besudelt mit schmerz und verderbnis habt ihr das gehört meine fischlein verderbnis niemand will darüber reden auch ich nicht nicht mehr jedenfalls wusste ich davon früher hielt ich mich für gebildet im gegensatz zu den narren die gegen die verderbten kämpften wie töricht diese sterblichen doch sind schrieb unsterbliche in diesem fall doch diese narren sind fort vergessen vielleicht erinnern sich die steine noch versuch es weiter geh einfach die fischer und ich diskutiere über literatur jetzt wieder so ein 27.000 kilometer weit weg ist etwas gut das ist jetzt die frage düsen wir jetzt noch gelegt mich doch in krakau wir müssen auf jeden fall diese port punkte jetzt mal freischalten weil da bist du deppert ich muss eigentlich wo ich schon hinfahrt geht das schon ja schnellreise geht würde ich mal sagen wo ist näher zu dem portal 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 das habe ich jetzt nicht gewusst eigentlich von der beta her ob ich dazu die städtischen porten kann bevor ich drin war cool wäre es natürlich checken wir das mal ab arztnaut haben wir ja eh einiges aber das wird auch nicht ewig reichen ich bin eigentlich ziemlich sicher nope geht nicht du musst zuerst besuchen stelle ich da gut was machen wir jetzt dann ja dann würde ich sagen wir laufen mal einfach los weil es bleibt mir irgendwie eh nix anderes übrig weil das ist wirklich also die laufwege sind ja wirklich katastrophal gut ich lauf mal noch immer fallen dass ich da hinfahrten kann ich weiß ja ich muss dann später mal hier nach königsfels weil da komm ich ja auch rüber sonst lauf mal nach dem dann ab gut bis gleich ok angelangt bei den ruinen so wir sollten hier was tun durchsuche der ruinen von aliot nach hinweisen der vergangenheit des 1-siedlers ok ja theoretisch dann die richtung da ungefähr oh hallo skelettis naja es ist nicht die schwierigsten leute so schau mal oh noch einer hallo auch man zelebriert der freu mein freund so kann ich nicht gern ich glaube nein warum warum check ich das manchmal dass der andere abstürzt so nur mal eins eh noch mehr hinweise noch mehr hinweise aber jetzt sehr kiste so durchsuche die nagel und ruinen nach weiteren bestandteilen des seelenwächter 1 na bitte machen wir doch ich schätze mal das ist auch wieder der nummer eins in die richtung ja ach gott man weiß schon wieder das da geht es ja so elendig weit irgendwie nach unten glaub ich gell wir schauen Level mehr als damals weil ich mich jetzt erinnere ah silber mitnehmen warum geht das nicht ja geht es eh noch wieso baut er das nicht ab ne axt kaputt ne so vielleicht mag er das nicht wenn man im kampf ist oder nein jetzt weiß ich auch warum das keiner abbaut hat noch weil sonst halt nicht geht eh du buggy teil ah scheiß auf gut du 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 w w Aua! Aua! Hallo? Ist doch gerade ein paar mehr geworden jetzt, oder? Was ist da alles passiert? Seid ihr hier was suchen? Sieben Meter? Ist doch irgendwo eine... Ja? Schrifttafel! Aha! Schrifttafel! Im letzten Teil in der Ruine. Hundertundeneinzig Meter? Kriegen wir ja hin! Kann ja so schwierig sein! Oh, Gegner! Hallo! Au! Ich brauche dieses, äh, im Berserker nicht mehr unterbrechen werden können. Das wäre, wäre, wäre sehr wichtig, sag ich mal. Jetzt hätten wir jetzt nämlich vorher schon eigentlich geholt. Und ich will das mitnehmen. Ich will immer alles einsammeln, aber ich kann auch nicht. Hier geht's auf die Nerven. Das werde ich auf Video machen. Das stelle ich mir wieder hin und sammle wieder wie deppert irgendwelche Sachen ein. Was halt auch was bringt und nicht sowas. Aber ich wollte nichts mehr haben. Boah! Ich bin schon wieder mit dem Zelt. Die Zeltlagerung. Was haben wir hier? Ein Eisenherz. Schade nicht, ich hab das meiste. Na, wo ich hab inhalt. Ich bin ja schon soweit für das Sternenmetall. Ich werde drauf kommen, wenn man drauf kommen. Ah, ist ja jeden Spiel so. Wenn man die, 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 ähm, Bergbau zum Beispiel. Gerade in so einem Spiel mit Aktionshaus schnell schnell levelt. Dass man dann ja im Endeffekt viel von jetzt Zeug sowieso abbaut fürs Leveln. Und das, wenn man es gleich verkauft, obwohl man es selbst eigentlich nehmen könnte, aber gleich verkauft. Einfach irrsinnig viel, äh, irrsinnig viel Zeug abkriegt. Geld. Thaler. Wie heißt das hier? Thaler, glaub ich. Du? Kau kuck! Sprich mit Jonas! Seine Batterie ist alle. Wetter war mit Leuchte. Er schickt mich da wie der wiederher der Sack. Heulatto? Um ja schon zu wissen, was der da macht, oder? Gehen wir mal hin. Das wäre dann die Richtung. Himmelfahrtskommando, oder was heißt? Was bist du? Ey, ist das geil. Cooler Turm. Das schaut echt cool aus. Da kann ich... Ich kann mich erinnern. Ich war in der Beta hier. Wenn ich in der Beta da irgendwie durchkomme. Mal kurz hier so ein Pfeilchen setzen, dass ich weiß wohin. Ich bin ein Pfeilchen. Ich bin ein Pfeilchen. Nutzlos, weil ich den Honig eh in der Base einfach abbauen kann. Aber gut. Ich glaube, ich muss da rauf. Ha, hier. Ich bin ein Pfeilchen. 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 Ja, für ihn werde ich mich mal Kasper taufen, wenn ich schon ein Geist sein muss. Äh, ich werde einer, mein Freund, sag ich da. Das wissen die Fische nicht, also weiß ich es auch nicht. Ich will es auch gar nicht wissen und du auch nicht. Du sagst, du magst Geschichten und Leid und zwecklosen Ansinnen. Ich erkenne diesen Gesichtsausdruck, der nach verlorenen Ansinnen giert. So etwas gibt es hier nicht. Jetzt mal nur so am Rande kurz. Was mich in der Beta schon interessiert hat und mich in der Final jetzt auch interessiert. Wieso übersetzen sie eigentlich die Quest auf Deutsch und machen die Sprachausgabe dann nicht wortidentisch? Ich meine, hat sich einer jetzt gedacht, hey, das hört sich cooler an, aber das andere cooler. Und deswegen rede ich einfach anders. Oder ich verstehe den Grund dahinter nicht. Weil entweder übersetze ich es gleich so, dass es sich cool anhört. Dann kann ich ja lesen und schreiben gleich machen. Oder ich weiß nicht, oder? Hat sich wirklich bei der Synchro einer wirklich gedacht, ey, wir reden halt vom Sinn ist gleich, aber es hört sich kacke an, was da steht. Das würde mich echt mal interessieren, warum das so ist. Aber gut. Ja, aber immer doch. So, wo ist mein Turm? Ich kann mal den Charakter ausbauen. Bisschen mehr Konstitution dazu. Das finde ich ganz so. Weak ist eh im Weak-Sinema. Ist das jetzt eigentlich nur ein 1er-Quest? Ich bin doch am Arsch. Aber im Fall haben wir ja einen Schnellreise-Punkt. Yay! Gut, da brauchen wir da ja gar nicht viel jetzt machen. Und man denkt, was sonst fischteilt. Ne. Gehen wir mal nach Himmerfall. Holen uns das gleich. Es ist Nacht gerade. Ich finde es nach wie vor absolut geil, dass... den Tag nach wechseln im Spiel, nämlich, dass es wirklich dunkel ist und nicht nur so bedämmert oder so, sondern dass es wirklich, wirklich einfach dunkel wird. Finde ich absolut cool. Und tschüss. Gibt es nicht viele Spiele. Ich meine, es gibt viele Survival-Games, die natürlich die Nacht extrem dunkel haben. Eben, aber da ist ja das Spiel auf Survival ausgeregt. Dadurch, dass das aber eigentlich ja eine MMO ist, finde ich es eigentlich cool, dass sie es gemacht haben. Weil das ist, es ist jetzt nicht Game-Breaking, aber es ist schon cool, irgendwie vom Feeling her. Eho. 600 Meter. Mittlerweile weiß ich ja schon, dass die Meter hier relativ schnell weggehen. Das schaut am Anfang immer urweit aus, aber man rennt dann trotzdem nur ein paar Minuten und ist eigentlich schon dort. Das Problem ist nur, dass die Quests sich, zum Beispiel, schicken sie sich urweit weg. Und dann gehst du gerade zu einem Platz. Dann bist du da. Und ich sag, cool. Quest erledigt. Gehst ewig wieder zurück, portest oder sonst was. Und kurz darauf bist du an der gleichen Stelle. Wieder. Also. Mir fällt dazu gerade Neihards Anker ein. Ich war da in der Beta, glaube ich, zehnmal. Jetzt war ich einmal dort. Oder zweimal. Ich weiß jetzt gar nicht. Und ich werde da noch zehnmal hinrennen. Das finde ich ein bisschen blöd. Dann müssen sie ein bisschen was mit der Reisegeschwindigkeit machen. Sie haben zwar gesagt, keine Mounts. Auch in der Law begründet. Wieso? Aber ich... Lass euch was einfallen, Leute. Die Community mag Mounts. Ich hätte ja auch gerne einen Mounten, nämlich. Jetzt gerade. Jetzt, genau jetzt gerade. Hier, was denn das? Silver. Mal abbauen. So, los geht's. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Und nur für ein Level. Sechs. Du bist zu klein. Ich ignoriere dich. Geh weg. Schau mal, da drüben ist der Level 17. Geht eh in den Nerf. Suche nach einem Hinweis auf die Verbindung des Einzigen, das zu den Seelenwächtern. Stufe 20. Das heißt, ich muss mich hier etwas zusammenreißen. Erneut. Mal da rein, dann nach ihm. Ne, warte mal. Das war aber eine andere Request. Das ist ja 8. Das ist, was ich mir damals gesagt habe. Eigentlich bin ich viel zu spät erst in die ganzen Reisegeschwindigkeit hier reingegangen. Weil da habe ich ja wirklich genug Level-Puffer, sag ich jetzt mal. Irgendwer schlägt mich immer. Ich muss im Berserker endlich das skillen, damit ich dann nicht mehr unterbrochen werden kann. Das hilft nämlich auch für das Rückfallen. Aber es ging sich alles schön aus. Ich fange Ruhe. Ohne der Ahnen. Ja, dieses dämliche Schleifpapier brauche ich eh die halbe Zeit. Ich quere das Seelenwächter-Siegel und untersuche die Spitze des Arctur-Turms. Ohne auf die Web zu schauen, gehe ich jetzt einfach mal weiter, weil ich vermute mal, dass das ungefähr hinkommt. Gehe ich nicht heilträglich damit? Heilträglich ist 4. Ja, ich würde mich drauf gehen, wenn ich mich weiter mache. Puh. Au. Und da ist der Regenten da. Dich wollte ich jetzt aber nicht haben, mein Freund. Freund ist ja keiner, aber. Willst du jetzt kurz Ruhe? Beleb dich mal wieder. Das ist immer was schönes, auch vor allem, wo ihr es könnt mitnehmen. Immer was schönes in diese Spiele gewesen, weil man sich einfach gegenseitig helfen kann, man gemütlich ein paar Leute prügeln. Ich mag das, ich habe den jetzt geretzt, der hat sich sicher gefreut darüber, hoffe ich halt, außer er wollte sterben. Das ist natürlich immer blöd, wenn man ihm einen Suicide Bomber z.B. irgendwie rettet, der ist dann immer alles andere als erfreut darüber, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das war der Skelett von Jeff Dunham. Das war der Skelett von Jeff Dunham. Das war der Skelett von Jeff Dunham. Ich sehe gefalte Seelenwächter. Ah, hier. so jetzt haben wir noch mal suche die verbindung sprich mit jonas meine batterie ist alle kann ich porten also wirklich porten nein kann ich ja nicht 10 minuten noch gas ruf so sitzt das meine ich das ist so nervend wirst mich schon nicht gleich gehen wenn man muss sich wirklich hier die die portpunkte rausholen weil das ist schon relativ zart jetzt hier immer fall da sind wir wieder hergeportet von immerfall der königsfeld weg was er sagt meine geschichte ich war nicht dort nicht mit den seelenwächtern nicht als der untergang da war ich erinnere mich an gesichter wächter brüder und schwestern meine zweite familie sie sind fort nicht wahr sie haben mich zurückgelassen ist natürlich zu arsch für dich dinge ausgraben die lieber in vergessenheit bleiben sollten interessiert mich nicht ich suchte nach ihnen ja in anderen zeiten vergeudeten zeiten überall im ganzen aeternum oder was unter aeternum ich war wie adamant ich erinnere mich an stein und eisen an meißel und schaufel vielleicht in den bergwerken die adamant minen oder doch die adamant minen kenne ich noch aus der beta sind hier in der nähe gewesen das ist aber nur ein kleines ding das hauen wir noch geschwind rein in den part das hauen wir noch dazu ins leveln dann gehe ich mal und mache nebenquests und komme dann wieder hoffentlich gelevelt im nächsten part am nächsten tag wenn alles gut geht bis gleich aber man bin wir kommen stückchen nach und stecken nach stecken nach und das ist ja nicht mehr weit weil ich mich erinnere gibt es da ist da wirklich nur ein boss drin der ist aber ziemlich klein also klein im sinne von der ist ziemlich harmlos das war es damals wie ich das gespielt habe ich weiß nicht ob es jetzt noch immer ist das werden wir aber gleich wissen weil wir gleich drin sind da gibt es auch glaube ich gold zum abbauen wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und man essen nochmal rein schau mal komme ich da irgendwo weiter oder muss ich da jetzt nach oben was bist du ok das war an der bergspitze ich habe mir gedacht da geht es weiter damals aber da geht es glaube ich nur durch die spitze durch so weit ich mich da jetzt richtig erinnert dann düsen wir mal da kurz nach oben das war hier im kreis ich bin damals von der hinteren zeit das war eben noch hinterher rauf geklettert ah da ist er eh der große da geht man glaube ich nur hier rein dahinten ist glaube ich das gold oder so und hier wären wir hier müssten wir das ähm oder ich komme rein und erhaut mich oder hast du nicht genug viel anderes tun gehabt oder ich nehme mir das noch mal hier gelesen das war's du kannst ja wieder mit dem jonas reden Meine Batterie ist alle. Das ist nämlich ein Lied, was ich da in meinem Kopf habe. Hier müsste Gold eigentlich rauskommen. Schauen wir mal kurz, ob hier Gold kommt. Oh, warte, da hinten ist die Kisse. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ja. Kann ich da nicht irgendein Stück weg? Oh, er schwebt weg. Ah! Der ist alleine ein bisschen heavy. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich irgendwie das blocken kann, was der Typ im Eck gibt. Aber das geht ja auch nicht. Aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich mit dem quälen. Sonst würden da ja nicht im Endeffekt... Ah! Andere Leute, jetzt bin ich tot! Ah! Ich gehe jetzt... Ich gehe. Ich gehe da durch. Ja, ich muss hier nicht unbedingt alles gleich erlegen. Ich weiß nur damit, der nämlich nichts droppt hat. Da ist man nämlich am Senkel gegangen, dass der nichts fallen hat lassen. Obwohl ich dem... ...so ziemlich lange segiert habe. Ich gehe einfach mal. Ja, wie lange kommt denn der jetzt mit? Ja, ich nehme dich auch mit nach Immerfels. Kein Problem. Nichts? Mich killen. Haha, ich habe dich erlegt. Theoretisch. So, so geht es auch. Danke, Freunde! Gut für euch! So, gut. Okay, das war's mit den Adamant-Minen. Da ist ja auch nicht viel zum holen gewesen drin. Außer Eisen... Gold ist da oben drin. Es bringt aber nichts da oben, finde ich jetzt mal, das Gold... ...zu farmen zu gehen, weil da der Typ immer rein spawnt. Und somit ziemlich nervend wird auf Dauer. Von daher... Guck mal da auf. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass man da oben nicht farmen wird viel. Von daher ist es so weiter nicht. Gut. Also Leute, wir haben jetzt ungefähr wieder 35 Minuten Gameplay. Ich werde jetzt da ein paar kleine Mini-Quests nebenbei machen. Die in erstes Licht unten. Und bevor es mit der Main-Quest weitergeht, sieht man sich natürlich wieder. Und... Ja, das war's euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo-like-e-ment nicht vergessen. Bis dann und dranbleiben. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.